Ich sterbe wie ein Mann, ich sterbe wie ein Mann, sag ich. Ich sterbe wie ein Mann, ich sterbe wie ein Mann, das ist sehr schön. Oh, da ist sogar eine Mumie. Ja. Wir wollen auch nochmal rauflaufen. Hier oben lässt sich's gut fotografieren. Ja. 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 Geil. Schön. Schön. Geil. Ja. 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 Kannst du dich wahrscheinlich im Sommer hinstellen und wirst schön. Ja. 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 Oh, da kommt ja noch der Express. Ich muss einfach mal das filmen, wenn es dann wieder klar rufen! Es darfst du alle da filmen! Und mein Blütschus warte ich auch noch ein bisschen! Ja! Warum kreischt denn die so? Klack, einmal ausgerastet. Da lachen ja die Vögel. Fluch, der Kassandra. Was ist das? Jetzt machen wir einen Pegasus und dann können wir da nochmal hingehen. Die Wasser fahren, ich fahre mal nachmittag, weil da können wir mit der Sonne schön vorsehen. Mit er auch noch mal nachmittag. Oh. 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 Oh.